Das Besondere an MMKFZ-Service ist unser Team, unsere Nachhaltigkeit und unser Werkstattkonzept an sich. Unser Werkstattkonzept ist einfach der Service am Kunden, sprich hier maximalen Service zu bieten mit Fahrzeugwäsche, Innenreinigung und auch dem Kunden während des Aufenthalts hier einen gewissen Wohlfühlfaktor zu geben. Bei unserem Neubau haben wir bereits darauf geachtet, dass er auf der Sitzgruppe sich wohlfühlt, dass er Getränke sich nehmen kann, im Internetsurfen und dabei auch bei der Reparatur zuschauen kann. Aufgrund unserer Betriebsgröße wollte ich die Nebenkosten so gering wie möglich halten. Ich habe da schon an die Umwelt gedacht, habe hier investiert in eine Hackschnitzelheizung, in Photovoltaik mit Batteriespeicher und nutzen auch unser Brunnenwasser. Wir haben ein Nahwärmenetz aufgebaut. Wir nutzen die Energie nicht nur selbst, sondern vermarkten diese auch an die Einwohner hier im Ort. Das Thema Aufbereitung ist aus Hobby entstanden und aus persönlichem Interesse und hat sich ganz gut entwickelt. Es kommen auch viele Autohäuser aus der Region zu uns, um die Premium-Fahrzeuge aufbereiten zu lassen. Es ist schon das eine oder andere Geschäft auch werkstatttechnisch durch die Aufbereitung entstanden. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch ein sehr großes Portfolio an Dienstleistungen, was sie ihren Kunden anbietet. Unter anderem auch die Fahrzeugaufbereitung unter dem Namen MM-Glanzmanufaktur. Zusätzlich zu der Glanzmanufaktur werden hier auch Hochvoltfahrzeuge in Stand gesetzt und gewartet. Das Unternehmen zeichnet sich außerdem noch aus über die Nachhaltigkeitsthemen, über PV-Anlagen und ein Holzschnitzel-Heizkraftwerk. Es werden auch angrenzende Wohnungen und Bevölkerungen mit Energie versorgt. Auch hier sind schon weitere Maßnahmen eingeleitet worden, um weitere Häuser anzuschließen, was wir sehr, sehr toll finden. Das Unternehmen ist ein sehr, 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 sehr Untertitelung des ZDF, 2020